Wenn ich sowas spiele, dann will ich, dass hier absolute Ruhe ist. Sein oder nicht sein. Das ist die Frau. Aktion! Mann! Er ist einer dieser Akteure. Er hat so eine ungewöhnliche Presence auf dem Spiel. Man kann sich die Augen öffnen. Jede Mann! Er ist eine große Ego. Aber gleichzeitig fühlt es sich, als ob er etwas unterhalb ist, das größer als er selbst. Wenn man sich treffen lassen will, von Sprache, dann muss man das Visier öffnen. Hast du das verstanden? Da! Warum können Männer eigentlich nicht ihre Emotionen zeigen? Das wäre eine Erfüllung, auf die man leidenschaftlich hoffen könnte. Sterben! Schlafen! Also ich fühle mich tatsächlich oft missverstanden. Dann sagen ja auch oft Leute, ich wundere mich, dass sich das irgendwie kränkt. Also da musst du doch drüberstehen. Also ich stehe überhaupt über gar nichts drüber. Ich würde am liebsten links stehen. Ich sehe halt hier schlauer aus als hier. Ja, wo siehst du schlauer aus? Hier!